Jetzt geht der Ernst, ist lebenslos. Wir sind schon im Flugzeug. Aufgelegt. In Langen gehen wahrscheinlich auch noch einige hin. Die Zone ist natürlich wieder super. Warum? Naja, egal. Die Leine wieder zurück, wenn das bleibt. Okay, wir tauschen. Die Quadro weiter. Wir kommen einfach hier hinten dran, dass wir dann mal aussteigen können. Da fährt ein Boot hinten gerade irgendwo dran. Hinter uns ist ein Boot ausgestiegen. Boot ausgestiegen, Boot angehalten. Boot am Wasser direkt, von uns aus gesehen. Hier oben hoch, da werden die AK-Muizen. 95 Grad, ja, ist okay. Für den Fight jetzt hier auf jeden Fall. Wie gesagt, die sind hier hinter uns am Wasser raus direkt. Bei der kleinen Hütte. Der K der eine. Lässt jemand ab, ich geh mal ins Gegenhaus. Wo ist dein Mate? Der läuft rechts weiter, der... Der läuft rechts auf dem Berg hoch, der andere. Da hab ich jetzt Capri schon nicht versetzt haben. Was? Ich schieße auch mit dem Stummgewehr oder so der Typ, ne? Einer ist unten. Am Haus. Ich bin ausgelockt. Ist immer nur unten am Haus. Lass mich rein, lass mich rein. Warte. Noch mehr. Fuckin' alter. Die ist schon drin, ja, ne? Glaub schon, ja. Beide tot. Nice. Sehr gut. Hinten rum, ganz. Der Typ. Rechts schießt ne Mal. Martin, vorsichtig. Auf mich. Auf mich schießt da was? Ja, das sind die beiden. Fuck. Die Zone macht so viel Schaden. Schnell, 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 schnell. Ich bin ausgelockt. Fuck ey, was? Der ist noch außerhalb der Zone. Der schießt noch außerhalb der Zone. Die kommen jetzt hier reingelaufen bei uns. Glaub ich. Höchstwahrscheinlich. Die können eigentlich nicht mehr viel haben, wenn die hier reinlaufen. Nimm lieber das Sturmgewehr oder irgendwas. Die müssen ja auf den Nahkampf kommen. Da kommen sie. 40 Grad. Pass auf. Ich nehm grad Sanitätstasche. Einer ist ausgenockt, ne? Von dem? Einer ist ausgenockt, ja. Beide down. Nice. Sauber gemacht. Scheiß. Warte mal so. Den einen Teil schuppen hier könnte man eventuell reinlaufen. Ich weiß ja nicht, obwohl neben uns wird auch nichts mehr wirklich was sein. Ähm, 250 läuft einer. Kommt der hier hin oder wo läuft der hin? Äh, der läuft Richtung Nordosten. Wir können auch ganz kurz hier sitzen bleiben, wenn ihr was über das Feld kommt. Aber ich weiß nicht genau. Warte mal da kurz, ja? Ja, wir müssen gleich schon uns beeilen. Hier vorne liegt wie gesagt direkt ein Airdrop, ne? Auf 70 Grad. Das hier wird definitiv dann schon gelootet sein, wenn hier überall alles offen war. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Vielleicht... Ne, doch. Hier ist noch alles drin, Alter. Mann, ich irgendwo noch... Ah, links steht einer! Ich seh'n da oben, aber. Wer darfst rechts rüber? Wer ist instant gestorben? Noch zwei Leute. Fick die Henne! Jetzt wissen die auf jeden Fall wo ich bin. Schießt halt auf mich. Ich lasse den noch auf zwei, hä? Leider ausgenockt. Haben wir voneinander geschossen? Nee. Ich hab den aber trotzdem ausgenockt mit der M24. Dein Popel, ey. Glaub ich, das einzige, was ich machen kann, ist direkt drauf zugehen. Das Ding ist halt, die werden jetzt gleich schon wieder leben. Die smoken schon. Rechts unten war der, ne? Hast du gesehen? Rechts unten? Dauer irgendwo, ja. So ist die smoke gekommen. Die denken halt nicht schon rasche. Die schmerzen? Ja. In der schmerzen? Das ist sicher. ich werde davon in der zone gewesen das ist ein langer oder was Ja, nice.